so ich glaube das ist einer mit schaltung kann das sein die drohne kostet aktuell 700 euro auf amazon total bescheuert dann gibt es auch den drohnen simulator oh fuck this oh my god nein bitte nicht ich heiße jetzt auf steam auch felix spielt drohnen sim drohne drohne sim zum glück ich dachte ich selbst schon drohnen simulator oder sowas das wäre ja richtig schlimm kein schalthebel der hat automatik was wollte soll man erst mal pass auf wir fahren erst eine runde automatik und danach gucke ich mal ob ich noch mal mit dem manuell wagen fahre weil ich muss mich jetzt auch erst mal hier noch mal dran gewöhnen ich bin nämlich damit auch schon lange gefahren so wie ist das denn ich hoffe dass die türen warte mal machen die kiste erstmal an strom ah ok das sind solche m türen okay die kannst du hinten dingen sind und dann müssten die dann klickt sie hier und dann gehen die türen auf siehste mal so felix empfiehlst du ein netzteil das kommt immer darauf an was für eine pc leistung du hast so felix wann kommt das projekt mit ansca ja bis 1000 folgen ist es ja nicht mehr weit ich hoffe dass er da zeit hat so gut ich muss mir das aber auch noch so ein bisschen ausdenken das wird noch lustig ich glaube es bis jetzt noch nicht aber wir werden es sehen warum willst du denn gar nicht anfangen so den handbrennen habe ich doch gelöst ach so zitaro facelift mod okay so warum fährst du nicht was habe ich verpasst da ist hier vorne die tür hat stellenbremse richtig ich lag 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 richtig der gelenkbus hat keine schaltung weil die schaltung nicht durch das gelenk kommt ich habe mich übrigens leicht fest gefahren so geht es natürlich auch fuck alter der hat ja einen wendekreis von einem polar bär vorwärts hör mal was ist einem vorwärts so schwer zu verstehen so felix warst du schon mal in den nachrichten nein aber schon mal in einem werbespot so felix hast du eine e mail erhalten das ist richtig sehr gut ich denke mal dass die linie hier anfängt gut machen wir erstmal alle türen auf äh ich habe nur keine ahnung was die linie ist das war jetzt die 56 ne wo sind wir denn hier schwere sind nicht mehr ich habe ich habe verjessen so was ist denn das das ist den rad den rad das ist aber glaube ich nicht stadtzentrum oder glaube ich nicht nee das ist kein stadtzentrum äh stadtrand ich komme hier 57 das ist alles 57er das ist alles 59er 56er die fahren aber nicht auf den rad ich wollte doch die 56 eigentlich fahren 56 doch die fährt wohl 56 den rad nach enten fangen okay äh vor allen dingen in neun minuten das ist gut so äh in welchem wegespot das werbespot das war ein zwerbespot für die stadtwerke jülich da habe ich volleyball gespielt und da war ich dann drinnen und habe auch gesagt dass es äh ganz toll ist dass sie sowas organisieren ja ich habe nichts dafür bekommen arschgeigen so äh wie schildern wir das ding denn äh ich bin noch ein bisschen was ratlos aber ich bekomme das raus ganz bestimmt irgendwie äh kann man den überhaupt schildern oder muss man den anders schildern kann man oder muss man ich weiß es nicht ihr werdet es mir jetzt schreiben ich stalle einfach für zeit und dann kommt es schon kann man das überhaupt warte mal machen wir die roten infos oben an bitte schön so da 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 licht licht okay bitte fahr mal mercedes multivan ja machen wir noch keine sorge äh schildern geht nicht gut äh wofür fahren wir jetzt nach ah ich werde es finden hoffentlich entenfangen genau entenfangen sehr gut türfreigabe äh ja türfreigabe ist offen leute ding gut f567 für linie bild hoch runter für ziel also bild hoch und runter ist für die äh da passiert nichts keine ahnung okay gut äh so dann müssen wir jetzt noch nee nicht reparieren müssen wir jetzt noch sieben Minuten warten die spulen wir aber vor 1 2 3 4 5 6 7 gut und die Karre läuft sehr schön er hat eine geile Bremse alter ne keine Chance bis die Bremse los ist alter fuck alter der lenkt sich ja gar nicht ja da kann ich jetzt auch voll für gut Arschloch so so mal gucken wir den jetzt überhaupt auf die Kurve rumbekommen so ich glaube es ist kein Stadtbus alter echt so vor allem man merkt dass das ein Hochflurer ist also Hochflurer heißt man muss hier 2-3 Stufen hochgehen um hochzusitzen man sitzt auch so in diesem Bus drin alter okay okay Mauerhofstraße gut Wasser und Musst du so Dubstep als Bremsdatei einfügen Voll die geile Idee Ich bin immer noch ein bisschen krank Also ich war schon immer krank, ich weiß, aber ja Wie klappt das mit der Karte unten? Links oder gehört das zu einem App dazu? Das ist ein Mod Der Link ist in der Beschreibung Ah, geil, okay So, bei mir kann man den Bus super fahren Okay, dann fahre ich den jetzt mal mit der Tastatur Vielleicht geht es damit etwas besser Kickdown Gut, ich muss nur ein bisschen was nach oben gucken So Ich glaube, das ist ein Retarder, der da läuft Ja, da unten leuchtet der ja auch Die sind nämlich normalerweise auch so laut Hallo Guten Tag Guten Tag Guten Tag So Sehr gut Gucken wir mal, wo sich jetzt was mehr um die Kurve jagen lässt Jetzt lässt er sich lenken So Sehr gut 40 Zuschauer nur noch Schade, ich muss wirklich mal auf Freitag umschwenken Okay Lass doch die Standardperspektive nicht so nach oben schauen Doch, sonst ist das so vor der komische Winkel und so Und ich mag das irgendwie nicht Ich weiß auch nicht warum Frag mich nicht, ich bin komisch Ich brauche das so ein bisschen höher, guckend Au Das war mein Fuß So Guten Tag Warum steigen eigentlich alle immer hinten ein? Guten Tag So Nein Ah Drecks Arsch So Sehr gut Also so lässt er sich überhaupt nicht gut lenken Sehr gut Äh Ich war gerade so voll stehen zu bleiben Ich weiß Es tut mir leid Bla bla Unrealistisch Naja Äh So Mann Schlochbus Er lässt sich echt nicht gut lenken So Es kann sein, dass ich ein Softwareupdate oder so verpasst habe Äh Mal gucken Gut Oh Es geht weiter Weiter, weiter, weiter Weiter, 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 weiter Wei, 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 tui. Gut. So. Hallo. Guten Tag. So, komm schon. Sehr gut. Enger um die Kurven fahren, der hintere Teil braucht so gut wie keinen Platz. Okay. Gut. Kannst du mal in Frankfurt fahren? Ja, ich hoffe, das schreibt dann auf. Ah, ich muss gerade auf. Dann schalte ich es mal selber auf. Da haben wir doch hier höchste Technologie. Herzlich willkommen an der Aufnahme. Frankfurt. Gut. So. Gut. Au. 33 Zuschauer, was habe ich getan? Was habe ich getan? Na gut, mit Hochzeit. Es muss Freitag werden. Es muss Freitag werden. Gut. Sehr schön. Entschuldigung, ich bin ein bisschen müde. Wir hatten heute Englisch. Äh, so. Wir haben nichts geschafft im Englisch, Alter. Wir haben wirklich nichts geschafft. Wir müssen voll hinne machen. Wir haben voll den Zeitdruck. Wir haben nichts geschafft. gut. So. So, du meintest enger fahren. Dann fahren wir den doch mal enger. Ja. Ah, geht tatsächlich ganz gut. So, kommen lassen, kommen lassen, kommen lassen. Fangen nicht von Englisch an. Ja, aber wirklich. Rennen. 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 Rennenkampf. 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 So. Oh, fuck. Mir fällt doch gerade was auf. Ich habe natürlich wieder nicht nachgedacht. Herzlich willkommen in einer Aufnahme. Ah, fuck.